moin moin freunde der klangkultur mein name ist sleepwalker produzent aus hamburg city bekannt durch produktion für xavage semi deluxe die prinzen panjabi mc und einigen anderen willkommen zum froggie beat song contest froggy beats ist ein projekt aus meinem producing kurs an der hip hop academy in hamburg studenten lernen wie man beats macht sie produziert musik aufnimmt und sie abmischt und jetzt kommt ihr ins spiel ladet euch die beats von mein froggies und schreibt einen song dazu hier mal die details erstens geht auf unsere seite nochmehrinfos.de und füllt das anmeldeformular aus zweitens wählt euren favoriten aus dem beat paket und schreibt einen song dazu mit mindestens zwei stoffen und einem hook drittens ladet euren beitrag dann auf youtube hoch und schickt uns den link an folgende e-mail-adresse froggy beats add noch mehr infos.de nachdem ihr euren beitrag hochgeladen habt schickt ihr uns natürlich den link dazu damit unsere olympische jury das ding auf herz und nieren überprüfen kann diese jury besteht aus dennis krauss von der backspin smg von mahogany ehemaliger hamburger hill rapper und frankie kubrick mc aus stuttgart diese drei zusammen mit meinen produzenten von froggy beats werden 75 prozent des gesamtergebnisses ausmachen die anderen 25 prozent generiert ihr durch likes also teilt das ding in den sozialen netzwerken damit ihr am ende gut dasteht kommen wir zu unseren preisen fünfter platz froggy shirt und backspin shirt vierter platz mahogany haut für 300 tacken komplettes outfit für euch raus dritter platz audio techniker mikrofon at 20 35 plus kopfhörer at hm 40x zweiter platz steinberg cubase pro 8.0 plus das audio interface ur 22 kommen wir zu unserem absolut olympischen platz eins ihr erhaltet eine exklusive froggy produktion aufgenommen und gemischt wird das ganze dann von sleepwalker in die 24 7 studios das musikvideo wird eric von act designs drehen danach feiern wir dann premiere auf dem backspin kanal so freunde ich hoffe ihr habt alles verstanden soweit falls nicht geht ihr jetzt runter in die beschreibung und ladet euch das pdf nochmal runter lest euch alles ganz genau durch wir wollen ja nicht dass da irgendwelche missverständnisse aufkommen viel spaß seid kreativ und seid gut alles andere ist wahnsinn peace and love bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020